Ich will keine neue Frisur. Nur die Spitzen an den Seiten und hinten etwas abschneiden. Vorne ist alles okay. Brauchen Sie eine Abendfrisur? Nein, nur waschen und legen bitte. Und nicht toupieren. Lilo, was machen unsere Männer jetzt? Was meinst du? Der Udo wollte auch zum Friseur. Er will sich auch die Haare schneiden lassen. Hoffentlich diesmal nicht zu kurz. Michael muss sich den Schnurrbart etwas trimmen lassen. Vielleicht kommen Sie hier vorbei. Ach, Sie sind sicher in eine Wirtschaft gegangen, um sich das Fußballspiel anzusehen. Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Italien. Wer gewinnt denn? Hoffentlich Deutschland. Sonst ist der Abend kaputt. Bei uns ist das auch so. Am Samstag und Sonntag sitzt Michael vor dem Fernseher und sieht Sport. Langweilig. Ja, da hast du recht. Es ist viel interessanter, hier unter der Haube zu sitzen und in einer Zeitschrift zu lesen. Auf Wiedersehen. fell bush은 ist das Schiffff. Andreas. Wie. Das ist das Schiffff. Wenn ich euch das Parent und sie mir sagen. Ich muss daher, dass sich das Schifffff. Ich muss nicht helfen. Ich muss mich nicht vor dem Fernseher beklangen sein. Ich muss mich nicht vor, wenn du doof. Es ist das Schiffff.